Ja, herzlich willkommen zum Lesetipp. Monika Helfer, die Bagage. Also die Bagage, muss ich sagen, das ist schon ein ganz, ganz großer Liebling von mir. Wir haben die Geschichte eines Ehepaares, die am Ende eines österreichischen Bergdorfes leben. Maria und Josef. Maria und Josef haben mehrere Kinder. Die haben zwei Kühe und eine Ziege und die werden im Dorf eigentlich nur die Bagage genannt, so ein bisschen abfällig, weil dieser Josef, der betreibt so etwas zwielichtige Geschichten mit dem Bürgermeister, wo keiner wirklich weiß, was da so dahinter stecken könnte. Darüber hinaus haben wir es bei Maria mit einer Frau zu tun, die ein ganz besonderes Merkmal hat. Maria ist unfassbar schön. Eine Schönheit, die so ungewöhnlich ist für dieses Dorf, dass eigentlich alle Frauen des Dorfes neidisch sind auf die Schönheit dieser Maria und alle Männer gleichzeitig unglaublich gerne mal an diese Maria herankommen würden. Das ist die Ausgangssituation in diesem Roman. Dann kommt es dazu, dass Josef in den Ersten Weltkrieg muss und den Bürgermeister, mit dem er, wie gesagt, diese Geschäfte betreibt, bittet doch ein Auge auf seine Frau zu halten. Der macht das natürlich gerne, weil er gleichzeitig denkt, na ja, habe ich doch vielleicht so gewisse Gelegenheiten. Und der kümmert sich dann um diese Familie, versorgt sie teilweise auch mit Essen, als die Zeiten schwieriger werden. Parallel dazu lernt Maria aber auf dem Markt noch einen Mann kennen, in den sie sich verlieben wird, einen Mann aus Hannover, der für ihr Herz den absoluten Einschlag bedeutet. Ihr Mann Josef kommt ab und an aus dem Krieg und hat Heimaturlaub. Und dann haben wir die Situation, dass Maria wieder schwanger wird. Das ganze Dorf munkelt. Ja, kann das Kind denn vom Josef gewesen sein? Und die Gerüchteküche fängt an, sich zu drehen. Von wem ist dieses Kind? Ist es vom Bürgermeister? Ist es von diesem Hannoveraner? Oder ist es wirklich von Josef? Josef kommt dann irgendwann nach Hause. Und dann werde ich auch weiter nicht verraten, wie es ausgehen wird. Das Ende will ich natürlich nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, die sehr, sehr eng verbunden ist mit der persönlichen Geschichte der Autorin. Denn das Kind, was dann auf die Welt kommen wird, ein Mädchen namens Margareta, genannt Grete. Das ist die Mutter von Monika Helfer. Ein außergewöhnliches Buch, eine großartige, sehr vielschichtige Familiengeschichte und eine Beschreibung von Schönheit und die damit verbundenen negativen Seiten, wie ich es bis jetzt noch nie gelesen habe. Also wirklich ein Buch, was ich Ihnen nur noch sehr, sehr herzlich empfehlen möchte.